In vielen Kurven und Schleifen wettet sich der Fluss in die Landschaft. Er meandriert. Es zieht sich eben nicht jeder Fluss wie ein Strich durch die Landkarte. Das ist meist die Folge künstlicher Begradigung. Bei einem geraden Fluss liegt die höchste Fließgeschwindigkeit bzw. der Stromstrich mittig, da das Wasser an den Ufern auf Reibung trifft. Doch was ist in der Natur schon so perfekt? Liegt ein Hindernis im Weg, verlagert sich der Stromstrich. So kommt es hier zu einer verstärkten Erosion. Sediment wird abgetragen und weggeschwimmt. Ein sogenannter Prallhang entsteht. Einmal aus dem Gleichgewicht gebracht, erodiert die Strömung auch das gegenüberliegende Ufer. Und das da drauf und das da drauf und so weiter. Die mitgerissenen Sedimente werden durch die Querzirkulation an der Stelle mit der schwächsten Strömung abgelagert. So entsteht ein Gleithang. Die Meanderbögen werden zunehmend ausgeprägt. Im Gegensatz zum flachen Gleithang kann der Prallhang hoch und steil sein. Schreitet die Seitenerosion weiter fort, kann es sogar zu einem Meanderdurchbruch und der Entstehung eines Altarms kommen. Verlandet oder als ökologisch wertvoller See bleibt er Bestandteil der Landschaft. Und als kleiner Fakt zum Abschluss, Geografen torkeln nicht, sie meandrieren.